ja, dann starten wir mal oh, das wird ja ein OH wo sind wir? auf der... Doping-Gebiet Ach, du heiligbümber! Och, nö, 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 nö Och, nö! Oh, da verkacke ich doch Ach, weh Machen wir so vier Runden Zwei Runden jetzt hier, danach den Hafen Also, ich würde am liebsten kleinere Maps nehmen Vollkommen okay, weil zu zweit ist ja etwas kleineres besser Ja, nimm mal da diese, kannst du schon sagen, halbe Stadt, ne? Läufst du ja 20 mal an dir vorbei Ich glaub aber, irgendwie meine Grundeinstellungen von dem Spiel haben sich wieder verändert So, ah, jetzt geht's los Laufen, laufen, laufen Ah, ne, ich hab die falsche Waffe, verdammt Ich hab... Was hast du? Ahaha, ich hatte dich, oh, da, da, ich hab die falsche Waffe Warte, ich muss... Ich hab noch einen HP Was hab ich denn hier... Warte... Och, nö! Och, nö... War nicht schnell genug Verlust gelaufen? Ja... Gut... Gut erfindet, wa? Oh ja... Ich verschritte! Da! Oh, ich hatte total Standbild! Ich hab's nicht! Wir wollen doch so schön da, guck, guck! Was hast denn du denn? Jetzt hab ich die... Jetzt hab ich die richtige Waffe Ah, ne, die ist billig Ich will warten, ich weiß, wo du bist Boah, willst du das wissen, wo ich bin? Ich kann hellsehen, weißt du? Nein! Doch! Gar nicht! Hä? Da warst du schon Was? Bist du? Hinter dir Hä? Oh, oh! Oh... Duuu...? Hahaha stroke Hiehieheheh Kalk bye Also das weiteres, du dich I achei das Schon direkt er hat ja ich hab dich Prozent er hat die aber noch gut zu Prozent Prozent Wurrund um die Köln Munition mehr da war auch auch die 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 er hätte doch die Granate werfen wollen. Nochmal fiss ich mir das nicht. Oh, 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 oh! Is that D-d-d-d-d.... ...Daneben! Und... Ja, wo bist du? Da! Ich wusste... Ich wusste doch, ey, war bestimmen... Verdammt, Stimmen, Schritte, meine ich. Stimmen, hm? Ich höre Stimmen. Snucki, ich sende dann mal wieder deinen... ... die liegen mit Bernhard und Dings los, ne? Oh, zwei Stück, das ist nicht nett! Umarm doch mal deine Kiddies. Mrrr! Ich hatte so einen Spaß, ey. Wuhu! Time is out! Und vorher kriege ich dich noch. Ahn, du hast mich sechsmal geschossen? Ja. Pfff! Bist du. Weil... Ich hatte keine Granaten, ne? Time out! Aaaaaah! Da stand die an den Küsten und wacht mit ganzem... ...äh, zwei Sekunden mehr und ich hätte dich noch mal gekillt. ...äh, zwei Sekunden mehr und ich habe noch nie gezockt in meinem ganzen Leben. Hm? Mmh! Mmmh! ... ...